So meine Damen und Herren und Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Stein, Papier, Sterre und ich habe wieder verloren. Dann natürlich zu Jojo und ich hoffe mal er spielt ein zweiter. Mal was Neues. Dadurch wird er verlieren. Er wird eigentlich da verlieren. So, wir nehmen erstmal hier, den setzen wir. Was macht diese Karte? Müssen wir uns mal kurz durchlesen. Das heißt anzeigen. Einmal pro Spielzeug, wenn ich sie in Kampfposition eines Monsters vom Typ Fels, den du kontrollierst, genert wird, kannst du eigentlich von... Ja, wir aktivieren mal. Könnte uns vielleicht was bringen. Damit wäre nicht mehr zugekommen. Du bist ran, Marco! Die haben damals immer so geschrien. Du bist dran und ich ziehe hier und genau darauf habe ich jetzt gewartet. Er greift nicht an. Die Sache, was mache ich denn? Ich könnte seine Karte zerstören. Angriff des Monds aktivieren, ja. Dann kann ich seine hässliche Karte zerstören und der hat... Oh nein. Damit ist das annulliert. Aber wir können ihn trotzdem noch beschwören. Und dann sagt er hallo zum herbeigerufenen Totenkopf. Aber die Battlefaser und ich greife ihn an. Ich sehe schon, dass dieses Mal das Deck auf meiner Seite ist. Will er mich verarschen? Der hat nicht gerade meinen Totenkopf zerstört, oder? Aber im Dunkelmagier gab es doch auch nochmal eine Fusion. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Bringt nix. Haha. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass ich irgendeine zweite ordentliche Karte bekomme. Ich kann ihn jetzt ersetzen... Ach komm, wir beschwören. Und greife damit seinen fliegenden Fisch an. Ich hatte da jedenfalls eine Karte weniger da. Also wenn er jetzt eine zum zwei Opfern braucht, dann ist sie jedenfalls nicht mehr da. Er würde mich zwar jetzt da angreifen. Und meinen Drachen vernichten. Oder er opfert eine Karte und holt sich eine mit 2400 her. Wir könnten ja jetzt... Aber ich möchte Gaia. Ich möchte Gaia haben. Ich möchte die beiden wieder fusionieren. Pusion ist gerade aber hier auch schon. Irgendwie habe ich die jedes Mal da. Aktivieren. Faszinierend. Na, Greis. Und ich greife ihn an. Oder nicht an. Ja! Warum auch nicht? Das bringt mir nichts, die Karte zu setzen. Oh, Spiegelkraft. Die setzen wir mal schön. Und wenden uns den Zug. Warum hat er die jetzt in Angriffsmodus gelegt? Also wenn ich nächste Runde nicht Dings bekomme, dann setze ich Drachenfluch ein. Komm, kommt mir Drachenfluch. Weil ich kann ihn ja trotzdem setzen. Aber wenn er zerstört ist, bin ich am Hintern. Okay. Wir beschwören Drachenfluch. Ja, wir nehmen einen Tribut. Wir nehmen diese Karte. Und greifen damit sein... Battle Phase und greifen damit seine Quallchen an. Seine süße, süße, süße Qualle. Und damit beende ich meinen wunderschönen Zug. Du bist ran, Mako. Mako. Oh, nein. Oh, nein. Was macht denn der hier? Festungswahl 2002. Ja. Aktivieren. Spiegelkraft. Oh, gefällt mir. Komm, Geier, Geier, Geier. Oh, fuck. Aber wir können ihn direkt angreifen. Das freut mich. Oh, das sind hier Kämpfe, die kann man ja nie bringen. Das ist ja anstrengend. Und damit vernichten wir ihn ja sogar fast komplett. Gut. Dann war es das wohl heute gewesen. Weil ich denke nicht, dass er jetzt irgendeine Karte noch bringt, die ihm was bringt. Wenn ich überlege, mir hat mein Bruder damals auf dem Boden gelegen und dann gezockt bis zum Geht nicht mehr. Ich könnte ja noch mal Spaß in Dunkelmage erholen, aber ich hätte schon viel früher wenden können. Halleluja. Leute. Was für ein großartiges Duell. Ich salutiere von dir, mein Freund. Ja, ich habe bloß zweimal verloren. Jeder Sieg war nicht leicht, Mako. Die, bist, du bist ein großer Duellant. Selbst ein großer Duellant. Alter, gab es sicher gerade viel. Gut, wir machen weiter. Nächstes Mal kommt das, der Dinosaurier Duellant. Mal gucken mal kurz. Wir haben 14.000 Punkte. Der Part wird ja sonst zu klein. Oh, wir haben Battle Packs. Epic Battle Packs. Oh. Für 2.000. Es gibt ja auch den Kartenshop. Oh, wir haben so ein paar Kula. Das ist ein paar Kula war das mit dem Ding hier. Ja, ich habe noch nichts hier freigemacht. Ob das dämlich war oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde einfach mal sagen, nächsten Mal werden wir mal den nächsten Kampf machen. Und wenn euch das ganz gefallen hat, gibt es nochmal einen Daumen nach unten. Schreibt mir in den Kommentar. Ja, ich gucke mir gerade hier an, was es im Runterland gibt. Außer noch du löst Kinder und sowas. Für ein Sonnestdeck und sowas. Gut. Wenn euch das ganz gefallen hat, gibt es nochmal einen Daumen nach unten. Schreibt mir in den Kommentar. Weil wir mehr davon sind, oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Meines Woll. Ciao, ciao. Ciao, ciao.